Oh, ähm, warte mal. Argument hätten wir noch anzubieten. Argument. Da haben wir doch was. Wer ist Helen? Wer mag Blonde und wer ist Helen? Das ist ein paar Sachen. Ein stupiger Argument. Nichts spezifisch. Niemand weiß, wie du deine Buttons knacken kannst. Es ist besser als die, wie du siehst du. Aber hat, wurde nicht irgendwo gesagt, sie ist sehr eifersüchtig? Vielleicht gab es irgendwie einen Streit, weil sie ihm vorgeworfen hat, eine Affäre zu haben? Nein. Ich meine, ja, wir haben Argumente, aber... Und er ist niemals weg. Er kommt immer wieder zurück. Wir machen auf. Es ist immer so. Bisher, ne? Okay, und sie haben sich immer wieder vertragen. Bisher. Ich glaube, Secret hatten wir, ne? Ja. Okay. Jetzt zeige ich das auch mal. Wenn man seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann. Super. Könnte Diary heißen. Das war's. Er ist nicht Diary. Das ist mein Ding. Ich habe eine, als ich, als ich, kann, als ich, als ich, als ich, als ich, als ich war, als ich, als ich als eine Frau. Hatte Florence sich auch ein Teil geboren? Ah, klar, die hat niemand gesucht, weil sie wurde ja niemals irgendwo aufgeführt und Florence ist scheinbar gestorben, als sie acht war und wahrscheinlich hat sie von da an ein verstecktes Leben bei Henna auf dem Dachboden geführt und Henna hat sie versteckt vor ihren Eltern. Okay, ja, also haben Sie sich dann gewissermaßen ein Leben geteilt. Warum leuchtet das so komisch? Das macht mir irgendwie Sorgen. Ich bin noch nicht fertig. Seht ihr, es ist noch nicht fertig. Und trotzdem hat er eine Affäre. Wahrscheinlich wusste er noch nicht mal, dass es eine Affäre ist. Nach dem Dachboden, die nächste Zeit, er hat mich zurückgebracht. Ich glaube, es war definitiv ihn. Es war einem schon bewusst, dass das zwei verschiedene Personen sind, aber wusste auch nicht so richtig. Sehr strange. Was denn mit drug? Drugs? Warte mal. Drugs? Auch. Okay. Ähm. Christmas. Dann hatten wir einmal Helen. Dann hatten wir einmal Karl. Das war auch ihr Macker. Ach, guck mal an, Karl. Genau, Eve Macker. War er mein Erster? Du musst nicht so koi sein. Nein, er war nicht mein Erster. Das wäre Karl. Er war ein lokaler Junge. In einer Band. Er war ein bisschen scheiße. Aber er war sexy. Wir waren 15. Ich denke, er war älter als du. Hat sie nicht eben gesagt, er war 17 und sie 15? Oder, ah, warte mal. We are 15. Wahrscheinlich redet sie von sich selbst und Hannah, als wir waren 15. Und dann kam Simon und alles hat sich geändert. Differences? She's a better driver than me. She passed the test for us. I tried to take it and nearly crashed the car. Learned that you can't rely on confidence to get you through everything. Hmm, she is the shy one. She was especially shy around boys. If Hannah liked Boy, I would have to pursue him. It was that way of Karl. Okay. Es ist nicht so anders als eine Brüse, eine Zutze, eine Graze, wir haben einen Haarbruch benutzt. Nachdem war ich immer derjenige, der die Mädchen schützt, bis Simon. Was? Warte mal. Was brauche ich jetzt? Okay. Okay. Alter, Leute. Was macht die denn? So. Karl haben wir damit abgehakt. Cigarette. Rules. Das ist nice. Okay. She's being chased. They're trying to catch her because she did something bad. I guess she broke the rules. Or maybe they think she did something bad. Maybe it wasn't her fault. She looks scared. Not guilty. I mean, it was mistaken identity. Did they catch her? I don't know. Okay. Is this them a bit scared? I thought it made me sound suspicious. It's not a normal thing to do, to drive to the other end of the country. I just, I wanted to keep it simple. I knew it was stupid not to tell you everything. Saying I spent the night in Glasgow when my husband went missing, I thought it would, you know, distract you from what was important. I think it's different. I think it's different now. It's different now. It's different now. There it is. ich frage mich gerade, ob sie sie redet ja die ganze Zeit davon dass er ihr Mann war und er war ja mit Hannah verheiratet, aber da sie ja sich sozusagen ein Leben geteilt haben hat sie ihn wahrscheinlich auch als ihren Mann angesehen zumindest erkläre ich mir das gerade so das war kurz she's crying I guess she's sad because she thought she saw her husband with another woman but it's okay because she finds out it wasn't her husband it was his brother and so it's fine okay da haben wir wieder statt brother da hätten wir wieder die Verbindung zu ihr und ihrer Zwillenschwester also ist es okay ich weiß ja nicht letter nope nope was ist denn mit hair what kind of hairs ja gut da ein Stück davon hatten wir glaube ich schon you want me to play something I'm not the world's kind of tapping okay probably needs a tuning how about a traditional band should be right up this too das ist ja gut das ist ja gut das ist ja gut And push the other one in All the dreadful wind down So they both had a love for the captain's son All the wind and the wind But he only cared for the youngest one All the dreadful wind All the eldest dead feet Her sister fair All the wind and the rain With her pretty little face And her long, long hair All the dreadful wind and rain So she pushed her in And held her down All the wind and the rain Watched her as she slowly drowned All the dreadful wind and rain She floated up and she floated down All the wind and the rain Floated till her ship came by All the dreadful wind and rain Out comes the captain's son All the wind and the rain Far the deer here swims and swan On a dreadful wind and rain I think that's really good I think that's a good place to stop A traditional ballad Noch eine Errungenschaft, cool! Hat aber doch sehr, sehr viel Erschreckend viel Mit ihr und ihrer Schwester zu tun Ich frag mich grad, ob's das Lied wirklich gibt Oder sie's geschrieben hat Okay, ähm Family haben wir nix Okay, ähm Broken So Ich weiß mal nicht warum, aber Miel Sieh mal eine an! Well She has a knife She's been cooking I guess She's been cooking for his favourite meal Erm She's his wife Erm He's asleep And she doesn't want to wake him Because He's ill That's why she's Sad Because he's ill And He might die Irgendwie sind die Geschichten, die du dir ausdenkst, immer sehr traurig oder sehr seltsam Was denn mit Knife? Nee Okay, äh Das hatten wir Was ist denn mit Das sieht aus, als wird das durch den Bildschirm durchgelogen Strange Das ist aber auch Tee Aber viel Tee Okay, das war Das ist irgendwie Nicht sonderlich Okay, Eve nimmt Tee Detective Surgeon Okay, wofür haben wir das denn jetzt bekommen? Tee Okay I parked up in the street He usually sits in there to have a cup of tea and read his paper But he wasn't there I touched the kettle It was cold I looked quickly in the living room Nothing So I walked upstairs to the bedroom and he wasn't there I didn't search for him because it was pretty clear he wasn't there I had a shower I had a shower The phone rang whilst I was in the shower I didn't answer it I think it was Eric Then I was just exhausted So I laid down on the bed and fell asleep Though I didn't mean to I woke up a couple of hours later and I was surprised to see no one in the bed next to me And then I remembered where I was and what had happened And that's when Eric called again This time I spoke to him Then I called Doug and Elena And then I decided to come and see you Okay Okay Maybe a fresh cup of tea Tee and your tea Tee and your tea Warte mal, I'll write a little bit about it Doug and Elia Noah I want to go through the names again soon Okay I parked up on the street It was busy, so I parked down at the end of the road I walked up to the house, I knocked on the door, no answer I took my keys out of my bag, unlocked the door The main lock was unlocked I could tell because the key wouldn't turn when I tried to turn it to the left I walked in Simon's coat wasn't on the peg I couldn't see his shoes on the shoe rack I shouted out for him I walked straight into the kitchen He usually sits in there to have a cup of tea and read his paper It wasn't there I touched the kettle, it was cold I looked quickly into the living room, nothing I walked upstairs to the bedroom He wasn't there I didn't search for him because it was pretty clear He wasn't there Then I had a shower Whilst I was in the shower the phone rang I think it was Eric, his boss I didn't answer it Then I came out and I was just exhausted So I lay down on the bed And I fell asleep But I didn't mean to I woke up a couple of hours later And I was surprised to see no one on the bed next to me And then I remembered where I was and what had happened That's when Eric called again I spoke to him Then I called to Simon's parents And then I decided to come and see you Was that not right? Was that enough? Was that enough? Okay, um Affair Okay, um Affair An affair? Simon must not have an affair Okay, also Hannah wusste nichts davon Was sagt Eve? You're reaching here And I don't know why No I've never cheated on anyone I've never taken anything from anyone Simon is dead But I have my baby to care for Why are you trying to make me sad? Why are you so obsessed with sex and affairs? You cheated on your wife Is this your thing? What is this? Huh? I, I, I raf das nicht I raf es einfach nicht My wife Mhm Was ist denn mit coffee? Ah, sieh mal an Black coffee, thanks No sugar Sweet enough, as it is Okay Also hat Hannah ist der Teetrinker Und Eve trinkt den Kaffee Mhm But it is back It was a present to itself I shouldn't even be drinking coffee with the baby It's been hard trying to give it up I think they say you can have one cup No I've had enough coffee for today, thanks A glass of water Okay Coffee, I guess Milk and sugar Okay, but, um Als Als Erst trinkt sie ihn schwarz Dann mit Milch und Zucker Scheint nicht Nicht zu sein Was sie immer auf eine gewisse Weise macht The Rock war doch diese Bar oder Café Oh god I don't know I mean, I guess The Rock We've spoken to everyone there Someone must have seen where he went I don't know So many things could have gone wrong No, no one has been in the last few weeks We had a plumber come in three, four weeks ago Someone sang with you from The Rock Hmm 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 Sehr seltsam Money Da haben wir noch eins Could you put me on you've been framed? I want the money What the fuck Okay, warte mal Wir hatten doch dieses Dollhouse Dieses große tolle Dollhouse Was The legal stuff was completed very quickly Hannah moved back in With Simon Eric gave Simon the week off To help with the move He decorated Modernized Wallpaper curtains Hannah insists the attic He left as it was Dollhouse and all Simon never went up there Hmm Die Frage ist, hat Eve dann weiter da gewohnt? Dort Wo sie ja immer gewohnt hat Dort wo sie ja immer gewohnt hat Und